Hier sehen wir den NAF-DUINO, der ist über Kabelchen verbunden mit dem Flachbandkabel und das Oszilloskop ist auch angeschlossen. Da sehen wir hier die Ausgabe des Bodensensors. Das Flachbandkabel geht bis zum Demoaufbau des Bodensensors. Wenn wir auf dieser Bodenplatte, wenn wir da drauf schäten, dann detektiert uns der Boden.